Die Ausstellung 1918, Gustav Klimt, Egon Schilu, Kolomosa, Gesammelte Schönheiten, ist eine großartige Ausstellung von 76 Werken, vorwiegend der Zeichnung, Aquarelle, aber auch Gemälde aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums, des Lentos Kunstmuseum und des Noradiko Linz. 1918 war ein Untergangsjahr nicht nur der Monarchie, sondern auch der österreichischen Kunst des Jugendstils. Diese drei Künstler und auch Otto Wagner sind verstorben und haben ein großes künstlerisches Vakuum hinterlassen. Wien war eine Stadt, die hungerte, die spanische Krippe grassierte und viele Künstler sind von Wien weggeflohen und sind dann nach Linz. Ich denke, eines der großen Highlights ist die Grafik, die sich jetzt gerade hinter mir befindet. Das ist eine Zeichnung von Gustav Klimt, die über 50 Jahre verschollen war, lange Zeit gesucht wurde, es gab kaum Spuren und jetzt können wir sie hier im Rahmen dieser Ausstellung erstmals dem Publikum präsentieren. Wir wissen auch, dass Trude Engel über dieses Porträt, als sie das das erste Mal gesehen hat, sehr erzürnt war und überhaupt nicht einverstanden war und mit einem Messer eine Attacke darauf ausgeführt hat. Meine erste Idee zu dieser Ausstellung war 2017, weil sehr viele Leihanfragen von der ganzen Welt für Klimt, Schiele, Moser hereingeflattert sind. Das ist ja der hundertste Todestag dieser Künstler, der international ganz groß gefeiert wird und da war meine Idee, warum zeigen wir nicht unsere Schätze selbst, öffnen die Laden und zeigen die Werke, die wir sonst oft in Grafiksammlungen verwahren, unserem Publikum. Und was man jetzt hier erkennt, sind diese reparierten Einstichstellen. Man hat auf der Rückseite kleine Pappstreifen aufgeklebt, die dann vorne zugekittet wurden und auch wieder fein retuschiert wurden. Ja, die Leute sollen sich die Ausstellung unbedingt anschauen, weil erstens einmal diese eine Zeichnung über 50 Jahre nicht zu sehen war und weil sich hier die Schätze der Lenzer Museen hinsichtlich Klimt, Schiele und Koloman Moser entdecken werden. Und man kennt wohl die Gemälde, aber die Zeichnungen nicht, denn die Zeichnungen werden nur ganz selten ausgestellt. Die darf man nur drei Monate ausstellen und nur bei 50 Looks präsentieren und das machen wir hier.